Man versucht sich abzusichern, man versucht Kontakte zu knüpfen, bla bla blub 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 blub, ich kenne das Spiel. Und dann kehrt langsam wieder überlagerndes, hochnäsiges, arrogantes, ignorantes Gelaber von allen ein. Da wird wieder angefangen herzuziehen, es verstärkt sich, es werden mehr und man ist immer noch der Buhmann, immer noch der Klapser, immer noch das. Und vor allen Dingen noch obendrauf kommt, man ist es mehr, weil man nur ein Maulheld ist. Und dann kommt die Frage, was ist das, 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 was ist das.